Das einzige was ihr braucht, ist das Granich G. Und wenn ihr das Granich G fertig habt, braucht ihr es nur einsetzen und dann gibt es die Spezialfähigkeit mit L1 und R1 gleichzeitig. Und da stellen wir uns hier zu den, da ist ein dicker Stempel und zwei bis drei Stempel neben dem stehen wir uns hin, schauen hoch zum Lüfter und drücken L1 und R1 gleichzeitig. Und somit stehen wir auf dem Pillab-Glitch. Richtig nice. Stehst halt auf der Lampe da noch an oben. Und so funktioniert er. Richtig, richtig nice. Viel Spaß beim Nachmachen. Die Zombies schlagen euch natürlich hier auch wieder nicht. Bei mir spawnt leider kein Zombie mehr, sonst könnte ich euch das zeigen, aber vor dem Gitter bleiben die Zombies einfach stehen. Und ihr könnt sie killen. Ich hoffe euch hat es gefallen. Das war es wieder einmal von mir. Was euch gefallen hat, könnt ihr ein Like oder ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachmachen. Euer Sino Neist. Vielen Dank.